Yo Leute, es geht wieder weiter mit Ratchet Gladiator und ich finde diese blaue Rüstung steht Ratchet wirklich ganz ausgezeichnet, weil die haben wir ja im letzten Part bekommen, da wir das Kreuzritter-Turnier gewonnen haben. Sieht richtig cool aus und meine Bots sehen jetzt auch ein bisschen anders aus, weil L hatte wieder neue Bot-Upgrades. Das ist jetzt eigentlich eher eine andere Lackierung und andere Köpfe, aber auch andere Waffen. Und ja, eine Sache, die ist mir fast schon ein bisschen peinlich, ich habe im letzten Part vergessen euch eine Cutscene zu zeigen, weil das ist in dem Spiel irgendwie ein bisschen dumm. Wenn man irgendwas im Spiel geschafft hat und dann zurück möchte hier zur Dreadstone-Basis, kann es manchmal passieren, dass eine neue Cutscene abgespielt wird, obwohl man das noch gar nicht will. Und das war bei mir halt der Fall, und zwar offscreen, als ich halt wieder zurück wollte, um nochmal zu speichern und um Dreads Herausforderung zu machen. Und dann kam es dazu, dass eine Cutscene abgespielt wurde und dann habe ich es natürlich noch nicht aufgenommen gehabt und dann habe ich vergessen, das nachträglich aufzunehmen und in den Part einzufügen. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich etwas sehen, was eigentlich mit dem folgen Part mit Reaktion zu tun hatte. Also, mich jetzt formieren lassen, das zeige ich euch jetzt eben ganz kurz und dann geht's wieder weiter. Also, Film ab! In einer Welt, in der unsere Träume alles sind und uns die Leidenschaft fest im Glück hat. Aber, äh, Baby, Baby, ich, äh, äh... Nenn mich nicht Baby! Griff, ein psychopathischer Killer nach den Sternen. Über die Feiertage präsentiert Pox die romantische und wahre Geschichte der Karriere eines Exterminators vom einfachen Leben eines Mathelehrers. Aber, äh, Baby, ich gebe den Kids das Geschenk der Bildung! Du Verlierer, geh mir aus den Augen! Zum unvergleichlichen Ruhm eines mordenden Spitzensportlers. Wir sind reich! Ich liebe dich, Reaktor! Ich war immer für dich da! Lebt den Traum! Seht die Legende von Reaktor! So, und da wären wir wieder. Also, das war jetzt nur eine ganz kleine Cutscene und, äh, ja. Dann habt ihr auch gemeint, es wäre doch nicht verkehrt, sich diesen, ähm, Mini-Gefechtsturm da zu kaufen. Ich habe jetzt eh mehr als genug Bowls. Also hier, Mini-Gefechtsturmwerfer für 100.000. Ihr habt gemeint, der ist wirklich super gut, wenn der mal aufgestuft wird. Für diese Waffe borgte sich Pox Industries, die von Megacorp in der Bogong-Galaxis entwickelte, Mini-Gefechtsturm-Technologie. Also eine Gruppe von Megacorp-Anwälten in der Zentrale von Pox Industries, die Patentrechte Geld machen wollten. Und sie kurzerhand zu Dreads und Kandidaten. Seitdem verzichtet Megacorp auf sämtliche Regressansprüche. Ja, ihr habt gemeint, das Ding ist doch ziemlich cool und nützlich. Also werde ich mir das einfach mal kaufen für 100.000 Bowls. Her damit. So, weitere Omega-Modifikation brauche ich ehrlich gesagt nicht. Aber trotzdem, apropos Omega-Modifikation. Ihr habt gemeint, es wäre besser, wenn ich hier beim Skorpion statt der, äh, Gefrieren-Modifikation lieber die Schock-Modifikation nehme. Dass das besser wäre. Das heißt, ich werde hier jetzt mal, ähm, Gefrieren-Modifikation rausmachen. Und dafür, ähm, Säure? Schock. So, genau, Schock-Modifikation, weil dann kann man kleinere Gegner im Umkreis wesentlich besser besiegen. Und Gefrieren-Modifikation habe ich jetzt da oben. Das ist auch etwas eigenartig. Doppelviper. Doppelviper könnte ich gefrieren machen, hm? Dann machen wir mal da. Genau, so. Gefrieren und bei dem Mini-Gefechtsturm Omega auch gefrieren oder Säure-Schock. Hm. Dann machen wir vielleicht lieber die Säure. Weiß nicht so recht. Alpha-Modifikation bringt jetzt nicht wirklich was, da habe ich irgendwie nicht so viel. Ja, ne, ich glaube, das sollte reichen. Das sollte wirklich reichen. Schmelzgewehr, das setze ich leider ein bisschen selten ein, aber das bringt auch nur was gegen große Gegner. Ähm, der Richter, naja, der hat schon ordentlich Booms dahinter. Was kann man bei denen denn noch machen als Alpha-Modifikation? Munition, Geschwindigkeit, Munition habe ich aber gar nicht irgendwie, das ist voll blöd. Ach, dann, dann lassen wir das erstmal so. Das soll mal reichen. Und da, wo ich mich gewundert habe, während des Kreuzhotonins, konnte ich ja einmal am Anfang die Waffe gar nicht wechseln. Das war die Bedingung oder quasi die Regel während dieses einen Kampfes. Deswegen habe ich mich so gewundert, warum ich nur den Jägerminwerfer einsetzen konnte und keine Waffe wechseln durfte. Das war halt Absicht, das haben die Regeln so verlangt. Aber, okay, das konnte ich ja nicht wissen, das wurde mir irgendwie nicht wirklich gesagt oder ich habe es überhört von dem Kommentator-Typi. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter zum nächsten Planeten. Ich habe ja ordentlich Dreads und Punkte schon. Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich denn jetzt? Moment, hier Extras nochmal, Stilpunkte, nee, Bestenliste. Hallo, Hallöchen, ne? 135.000 Dread-Punkte habe ich, das ist schon eine ganze Menge. Und das heißt, über mich stehen jetzt eigentlich nur noch mehr der Ausschlachter und Ace Hardlet, weil Quaterne und X und Captain Starshall sind ja auch schon verstorben. Aber das ist schon eine ganze Menge, damit stehen mir sehr viele weitere Sachen offen. Hat die noch was zu sagen? Hallo, Held. Hallo, Held. Nö, immer nur das gleiche, Hallo, Held. Naja, ist jetzt auch egal. Passt schon. Also dann, auf zum nächsten Planet. Das wäre der Valix-Gürtel, stimmt, der ist ja kein Planet, ist ja einfach nur so ein Asteroiden-Gürtel. Valix-Leuchtturm-Network, denke ich mal, wie das heißt. Du schreit in den Valix-Leuchtturm, um den Gamma-Energie-Strahl zu aktivieren. Und Gamma wurde kleingeschrieben. Voll der Schreibfehler halt. Naja, egal. Fliegen wir halt dorthin. Und dann könnte ich theoretisch auch schon zum Planeten-Torwahl, weil den habe ich auch schon freigeschalten, weil ich genug Punkte hatte. Und Herausforder-Turnieren halt, da brauche ich erstmal zwei von diesen orangenen Medaille, weil Dread-Punkte hätte ich da sogar schon genug. Aber erstmal schön alles da rein, auf zum Valix-Gürtel, bitte. Heute berichten wir live aus dem Valix-Asteroiden-Gürtel, heimat des legendären Gamma-Energie-Strahls. Dieses berühmte Signalfeuer wurde vor einigen Jahren von Gleeman Vox erworben. Und nur so zum Spaß sind wir vorgegangen und haben es abgeschaltet. Kann das Darkstar-Team es wieder einschalten oder werden hunderte von Schiffen blind in den Asteroiden zerschälen? Ratchet, auf deinem zweiten Schnellauswahlbildschirm gibt es weitere Geräte. Ratchet, ich sehe ein Haverschiff im Hangar. Okay, da sind wir jetzt also. Ein Haverschiff soll es hier geben, naja gut. Ich finde aber den Kommentator trotzdem irgendwie total witzig, was der immer so für Sprüche liefert. Und von der deutschen Synchris ist das Spiel wieder eigentlich super gut gelungen. Das hat bisher jedes Ratchet-Clank gut gemacht, die deutsche Synchris. Also da kann man echt nicht meckern. Die Stimmen sind immer super passend. So, mal sehen, da sind die ersten Gegner. Attacke! So, jetzt werden die halt durch meine Doppel-Wiper eingefroren, weil ich da jetzt eben die Frühmodifikation gemacht habe. So, ähm, Grind-Kabel. Ha, voll zerballert. Ah, wiederbeleben. So, weiter geht's und da sind schon die nächsten Deppen. Bam, Achtung, so jetzt. Skorpion, zack! Oh, auch nicht schlecht. Schock-Modifikation für dieses Teil. Das ist schon sehr geil. Oh yeah, der haut richtig rein. So, Skorpion ist wirklich eine geile Waffe. Ist eigentlich schade, dass der in keinem anderen Ratchet-Clank jeweils wieder eine Verwendung gefunden hat. Das finde ich echt schade. Weil das Ding ist wirklich super cool. Ich meine, gut, ich weiß nur, in Ratchet-Clank 1 gab es so eine ähnliche Waffe. Nahkampf war für die Heaps, glaube ich, einfach nur der Heap oder so. Aber die war, glaube ich, wirklich nicht so cool. So, weiter. So, praktisch, dass man sogar vom Grind-Kabel aus schon schießen kann. So, bam! Und take this! Und boom! Und boom! Alter, voll das Schiff kaputt gemacht. Ja, ja, ja. Der kam, der kann! Wer die richtigen Waffen hat, ist cool! So, jetzt geht's mal hier weiter. Das sind schon die nächsten Miniviecher. Und bam! Ja, also das ist wirklich besser, glaube ich, diese Modifikation. Weil der Schock überträgt sich ja beim Einschlag des Skorpions gleich auf alle umliegenden Gegner. So, jetzt ist das wesentlich besser. So, geht nochmal an das Sterben hier. Sehr lächerlich. Und tschuax! Und boom! So, Grind-Kabel, bitte. Oh-oh. Schon wieder... Ein bisschen ungebeteter Besuch, hm? Ey, da fahrts! Und tschuax! Und boom! Und bam! Die macht das mit, Leute! Jawoll! So macht man das! Tschuax! Und Skorpion ist Level 7! Nein, 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 das ist eine Kraft von 1000! Super geil! Das ist mir wirklich super, duper geil! In dem Hangar wartet ein Hover-Ship! Wir sind der Apser! So, die haben hier nichts zu meckern! Und ihr auch nicht! Hey, dann bitte kurbeln! Ich bitte darum! So, und du stirbst! Und du auch! Ey, hör auf, den Gab zu ballern! Ach, wir haben es schon geschafft! Herausforderung beendet! Und 7000 Balls! Unser Kandidat muss die Zone von Feinden befreien, bevor er landen kann! Ah, cool! Wir sind wieder in so einem... Äh, ja, in so einem Schiff halt! Aber das... Kenne ich ja schon! Das hatten wir schon einmal! Ich glaube, auf, äh... Das ganz wieseste Planet nochmal, da mit dieser... Mit dieser Dunkelkathedrale! Da, wo wir gegen Shellshoop gekämpft haben! Da haben wir das schon mal gehabt! Oh Mann, ey, immer diese komischen Kommentare von Eier! Es gibt einen Käpt'n Quark Kinder-Shampoo und der hat sowas? Der ist doch schon längst erwachsen! Oh Mann! Was ist für ein Nerd! So, Moment mal, warum? Da hinten leuchtet's doch eigentlich! Hier! Attacke! Die mach' ich alle fertig! Ich hab' noch keine Chance! Boom! So, ein anderes Licht gesteigert! Jawohl! So, stirb' da unten! Sehr gut! Okay, das ist schon mal clean! Ja, ne, hier sind ja auch noch welche! Wow! Schön aufpassen! Wow! Peace! Mach's kaputt, Ratchet! Mach's kaputt! Jawohl! Jawohl! So, da hinten muss ich jetzt mal hin! Ein bisschen höher, 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 noch höher! Ja, sehr gut! Da! Äh, Ergebnis 3 von 12! Äh, okay, Moment, wieder runter! Ey, das ist immer so blöd mit hoch und tief! Ey, das ist immer so blöd mit hoch und tief, als soll ich jetzt wissen, ob ich nach oben oder da rufen muss! Ja, ich sehe es ja alles so verwirrend! Ich sehe es ja alles so verwirrend! Mann, schieß doch, du Idiot, schieß! Was? Es gibt doch Risch- und Dauerfeuer in dir, was soll denn das? Was? 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 5 vor 12! Okay, so, da hinten! Hier sind nur noch zu viele Orte, wo ich hin muss! So, Achtung! Jetzt wieder los! Und fire in the hole! Mann, jetzt stimmt doch mal! Jetzt stimmt doch mal! So, 6 und 12! Okay, na, immer schön! Stück für Stück! Die Hälfte haben wir geschafft! Die Hälfte ist geschafft! Ich habe wieder über 200.000 Bowls! Jawoll! Na los, stirbt da vorn! Dankeschön! So, 7 von 12! Als nächstes ist das da! Ich fliege immer dahin, wo der Stern gerade blinkt! Das ist das nächstgelegenste Ziel scheinbar! 8 von 12! Jawoll! So, jetzt haben wir hier vorne noch was! Oh! Hier! Ey, die haben doch keine Chance! Bitte! Ich bin in einem Raumschiff! So ein Kampfflugzeug bin ich drin! Was wollen die da bitte machen? Ich bin super gut gepanzert! So! So, stirb! Jetzt stimmt doch mal! Dankeschön! 9 von 12! Oh! Das stimmt doch! So! 10 von 12! 2 Ziele sind noch übrig! Hier vorne irgendwo! Hier! So! Genau! Hab ich euch gefunden! Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken! Ich finde euch ja doch! Ich finde euch ja doch! So! 11 von 12! Das letzte! Äh! Iiii! Sind das hier überhaupt für Viecher? Verleglich! Informiert! 7134 Bowls! So macht man das! Und das sind die letzten Opfer! Gleich geschafft Leute! Gleich geschafft! Und wir haben es geschafft! raus! Unbeendet! In der dritten Etappe muss Ratchet den zentralen Leuchtturm aktivieren! Aber zunächst muss er die Kraftwerke im Norden und Süden des Asteroidengürtels aktivieren! Na ganz toll! Ich will wieder Kraftwerkskugel hacken! Gucken wir hier kurz! Ähm! Also ich dachte irgendwie wäre wieder Munition oder so! Aber ist gar nicht notwendig! So! Was! Schnauze! Hat doch mal die Fresse hier warm! Hey! Wer schießt denn hier nur auf mich? Missgeburten! Was soll denn das? So! Naja! Manchmal sollte man sich vielleicht doch nicht... ...insert derд alle laden lasbern! MerKA! HACK dich in die kugeln um das Kraftwerk anzuschmeißen! In die kugeln häkelt um das Kraftwerk anzuschmessen! So! Hackerstrahl! Mit Schildverbindung natürlich! Also manchmal sollte man sich lieber nicht... ...offen den Nahkampf spielen lassen! So! Hackerstrahl! Bitteschön! Hackerstrahl! So, ja, so ist es brav Okay, das wär so schonmal erledigt Diese Hacker-Kunden sind aber gehackt Und aha, hier geht's also weiter Okay, Moment, der Richter Bats Boom, und stirb Und du da vorne auch Das hört sich so geil, wenn man über die ganzen Grauenschiffe gleich mit abknallen kann So wie hier Aber du musst schon treffen, Ratchet Ah, es gibt keine Common So, übernehmen Oh, ist ja geil Schön rumballern Rücken Sind Sie sicher, Boss? Wir könnten diesen Gefechtsturm gebrauchen Ach so Wow Ah, vielleicht doch noch Okay, nochmal übernehmen Weil die sieht man ja gar nicht Verstecken sich ja Ach dann Dann eben nicht So Er braucht das Ding schon Ich nicht So Klopf, klopf Hackerstrahl Na, das will ich doch schwer hoffen So Bats Klacks Mann, jetzt geh ich doch mal Du weißt schon was Haben wir es geschafft? Scheinbar, hier bewegt sich schon alles Sieht gut aus Ja, wir können das So, heraus und beendet. Wow, 9000 Boltz, super. Okay, Redzone-Fans, das Darkstar-Team muss sich nun zum zweiten Reflektor durchkämpfen und den Gamma-Energie-Strahl reaktivieren. Okay, Bolt an Basis drehen, stand da gerade. So, Maximum Muni und weiter geht's. Attacke! So. Stürr schwingen und weiterkämpfen. Und BAM! Und BAM! So, los, kaputt machen, Ratchet, kaputt machen. So, Zerstörer wiederbeleben, was auch immer. Sehr gut. So, ein bisschen Annotisch. So, ich brauche offenbar ein Grind-Kabel. Und das ist ein Schritt der nächsten Sternfriede. Ah, Doppel-Wiper-Level 9, auch nicht schlecht. Noch etwas mehr Power. So, B6-Tilger. Ein paar andere Waffen wieder brauchen, ja. Gut. Und tickt das. Und das. Und das hat der Gartig auch gesteigert. Subi. 45 Lebensmunkte habe ich schon. Immerhin. So, was jetzt? Jetzt geht's nach oben, hm? Es ist so hell. Wie eine Glühbirne. Nur heller. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken. Ja, dann lass es am besten einfach, wenn du das nicht so gut kannst. Es ist so, es ist heller als die Glühbirne. Na ja, hallo. Das ist ein ganz schön fetter Stahl hier. So, schwing dein Ding, Ratchet. Wom soll ich denn laufen? Ist doch lächerlich. So, hier, bam. Und schnacks. So, Brand Cover bitte. Dankeschön. Ah, wir sind ja schon fast da. Sehr gut. Und, oje, die nächsten. Hey, mir auf die Nerven gehen wollen. Lass uns doch einfach in Ruhe. Davon praktisch. Man kann die einfach einfrieren. Und ihnen dann eine reinhauen. So, umdrehen die sonst ja auch welche. Von Fies. Und du stirbst. Haha. Was hat gesessen? So, wir sind schon fast da. Wir sind fast da. So, was jetzt? So, wo weit? Hier, außen geht's ja lang. Hier rüber. Wow. Knacks. Und kaboom. Und in your face. So, gibt's noch ein bisschen Munition und Nanotech. Cool. Nein, natürlich brauche ich gar nicht. Bin eh voll. Voller Lebensenergie natürlich. Was macht ihr denn da drin? Ratchet, dreh den Bolzen um den Gamma-Energie-Strahl auszuhören. Nicht schlechter als das. Knut, nein nehmen. Ich bin völlig außer mir. Siehe aber immer noch blendend aus. Haha. Und so geht es auch Ratchet. Er hat sich zu einem ernstzunehmenden Kandidaten gemausert. Und damit haben wir die Kampagne abgeschlossen und eine goldene Medaille bekommen. Sehr geil. Und Schwerkraftstiefel haben wir auch bekommen. Super geil. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da gibt's nochmal satte 10.000 Bolzen aufs Konto. Supi. Und auch hier gibt's wieder Dread-Herausforderungen. Verlängerung. Du quere mit dem Haverschiff die Valix-Leuchttung passen, bevor die Zeit abläuft. Und dein Land gehört mir. Hauptknotenpunkte sind in feindlicher Hand. Nimm die Knotenpunkte nacheinander wieder ein. Okay, da gibt's noch einmal 12.000, einmal 16.000 Dread-Punkte. Was ich im Moment aber eh nicht nötig habe. Deswegen mach ich das auch lieber nicht. Stattdessen können wir dann im nächsten Part zum Planeten Thorval weiter. Also, Leute. Der Part ist jetzt mal vorbei. Und im nächsten geht es dann nach Thorval. Ciao und danke wieder mal fürs Zugucken.